Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Mein lieben Geschwister und Islam Aller Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten und Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallim Mein lieben Geschwister und Islam wir reden heute noch über dieses Thema Dunya und wir haben gesprochen darüber, dass es einige Dinge gibt die der Mensch tun kann damit er von dieser Dunya weg kommt und damit der von der Fitna vor allen Dingen, weil wir haben ja gesagt diese Dunya, man kommt nicht von hier weg, weil man lebt ja in dieser Dunya, aber vor allen Dingen dass man versucht insha'Allah von dieser Fitna rauszukommen, dass man sich schützt vor dieser Dunya, wie kann man das machen wir haben ja gesagt, dass im Grunde genommen einige Dinge sind davon ist die erste Sache dass man Kenntnis hat über diese Dunya, dass man den Koran liest, die Sunna liest und schaut, was ist die Realität dieser Dunya und wenn man schaut und wirklich mit Verstand diese Sache beachtet dann weiß man, dass diese Dunya, dieses diesseitige Leben vergänglich ist und dass dieses diesseitige Leben fehlerhaft ist dass es Fehler hat und Mängel hat und dass es Probleme hat und so sagte Ibn Al-Qayyim wie ich immer vorhin gesagt habe dass derjenige, der die Dunya liebt und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte bei denjenigen der die Dunya liebt ist der Diener des Dirham der Diener des Dinar der Diener des Geldes, des Euro, des Dollars der Diener der Dunya er sagte sallallahu alayhi wa sallam und diese Sache hat zwei Bedeutungen er sagt, zugrunde gehen zugrunde gehen wird der Diener dieser Dunya es hat zwei Bedeutungen einmal die Prophezeiung dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, derjenige, der sich mit dieser Dunya beschäftigt die ganze Zeit nur mit dieser Dunya zu tun hat er wird zugrunde gehen und anders hat es auch die Bedeutung dass er sallallahu alayhi wa sallam sagt zugrunde gehen zugrunde gehen soll derjenige der der Dunya folgt und der sich mit der Dunya zu sehr beschäftigt deswegen sagt Ibn al Qayyim derjenige, der die Dunya liebt er sagte derjenige, der die Dunya liebt hat drei Sachen, die ihn immer wieder begleiten drei Dinge er sagt das heißt die Sorge, die ihn immer wieder begleiten immer wieder ist er in Sorge er hat Geld er hat Angst er hat Angst dass das Geld nicht mehr wird und er hat Angst dass jemand ihm das Geld wegnimmt deswegen ist er immer wieder in Sorge immer wieder ist er in Sorge und immer wieder hat er Kopfschmerzen obwohl er alles hat ja man sagt er hat doch alles aber trotzdem hat er diese Sorge die ihn immer wieder begleitet und damals meine lieben Geschwister im Islam sagte man, dass die Migräne beziehungsweise die Depression diese Krankheit diese Volkskrankheit man sagte damals dass die Krankheit der Reichen und der Könige weil sie haben ja alles und sie haben ja ihr ganzes Leben leben sie nur in Sorge heute hat das fast jeder zweite Mensch warum? weil wer klagt der lügt alle wie wir hier sind haben wir alles was wir brauchen das heißt wir sind eigentlich im Gegensatz zu anderen Millionen von Menschen sind wir reich aber was ist unser Problem? unser Problem ist dass wir diese Dunja nehmen und nicht mehr loslassen wollen deswegen die Sorge die ihn immer wieder trägt dann sagte er er sagte die zweite Sache ist dass derjenige der die Dunja liebt dass er immer wieder im Mühsal ist dass er sich immer wieder abmüht dass er immer wieder kaputt ist du siehst sein Gesicht als ob die ganze Dunja auf seinem Gesicht ist Subhanallah genau wie vor einigen Tagen saß ich mit einem Muslim möge Allah uns um ihn recht leiten so sehr in der Dunja dass er nicht mehr betet so sehr in der Dunja dass er alles vergessen hat und er sagt mir Subhanallah ich hab Geld aber ich kann nicht so wie du gerade sitzen so einfach so sorgenfrei sein sagt er ich bin kaputt ich möchte einfach nur meine Ruhe haben ich möchte einfach nur kurz sitzen einfach nur kurz ausruhen aber kann er nicht warum? weil er muss ja viel mehr Geld haben das Geld muss ja mehr werden und er hat ja Angst dass das Geld weniger wird wie wir eben gesagt haben das heißt er ist immer wieder im Mühsal immer wieder ist er kaputt siehst ihn von der Arbeit zur Arbeit von der Arbeit zur Arbeit ein Job reicht nicht nein er braucht drei Jobs damit er das Haus fertig bauen kann damit er Urlaub machen kann damit die Frau Schmuck tragen kann möge Allah's man es uns bewahren und wenn wir den Prophet sallallahu aleyhi sallam sein Leben anschauen als einmal eine Frau mit zwei Kindern kam und Aisha war dort und sie hat sie um etwas gebeten zum Essen was hat Aisha ihnen gegeben? sie hat ihnen das gegeben was dort war wisst ihr wie viel? drei Daten drei Daten im Haus des Propheten Muhammad sallallahu aleyhi sallam drei Daten das heißt er hat nicht für diesen Tag hat er nur drei Daten gehabt und der Prophet sallallahu aleyhi sallam ist der liebste Mensch bei Allah sallallahu aleyhi sallam wie kann das sein? also das zeigt uns dass wenn Allah sallallahu aleyhi sallam jemanden liebt dann entfernt er ihn von dieser Dunya und jemand der in der Dunya tief ist der Geld hat Haus hat Autos hat das ist kein Beweis dafür dass Allah sallallahu aleyhi sallam ihn liebt viel mehr kann es sein dass es ein Beweis dafür ist dass Allah sallallahu aleyhi sallam ihn nicht liebt denn Allah sallallahu aleyhi sallam gibt die Dunya wie immer will sie ist verflucht bei ihm so wie der Prophet sallallahu aleyhi sallam so wie der Prophet sallallahu aleyhi sallam so wie er gesagt hat die Dunya ist verflucht und verflucht ist alles was in der Dunya ist außer die Erwähnung zu Allah und alles was dem ähnelt das Gebet das Fasten der Dschihad die Dauer all dieser Sachen sind nicht verflucht und der Gelehrte und derjenige, der vom Gelehrten lernt diese Dinge, das Wissen die Praxis das Praktizieren, diese Dinge sind nicht verflucht vielmehr sind sie segensreich von Allah SWT gemacht worden und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, sagt Ibn al-Khaym weiter die dritte Sache, die bei ihm bei demjenigen, der mit der Dunja beschäftigt ist bleibt, ist dass er immer wieder in Reue lebt das heißt, immer wieder bereut er, was er getan hat wieso habe ich dieses Haus gekauft wieso habe ich dieses Auto gekauft wieso habe ich dort Geld ausgegeben wieso habe ich diese Schuhe gekauft wieso habe ich das gekauft wieso habe ich da wieder Geld investiert und er ist immer wieder hat er Kopfschmerzen und bereut es immer wieder und das ist die Lage desjenigen, der sich in dieser Dunja zu sehr beschäftigt weil wir haben gesagt dass der Prophet Salasim gesagt hat sei er auf der Dunja wie ein Fremder oder vielmehr wie ein Reisender warum? weil der Reisende wenn er zum Beispiel von hier in ein Land reist dann nimmt er nur das, was er braucht er kommt in diese Stadt und er ist auf Durchreise meint er etwa dass er hier ein Haus bauen wird? meint er etwa dass er hier bleiben wird? nein, er ist auf Reise das heißt, er nimmt nur das was er braucht weil er ist auf der Durchreise und genauso ist der Gläubige auf dieser Erde sein Hauptmerkmal sein Hauptthema ist die Anbetung zu Allah Das heißt, das ist das Augenmerkmal des Gläubigen das ist das Leben des Gläubigen das heißt, dass er schaut wie er am besten Allah anbetet alles andere ist nur Sinn zum Zweck alles andere ist nur nebensächlich alles andere ist nur das, was er braucht um am Ziel anzukommen deswegen mal im Geschwister im Islam hat der Prophet uns dieses Gleichnis gegeben und im Namen Naui als er diesen Hadith den wir erwähnt haben kunfid dunya ka annaka gharib au adi du sabib sei in der Dunya als ob du ein Fremder bist oder als ob du ein Reisender bist dieser Hadith im Namen als er ihn erklärt hat sagte er schöne Worte er sagte er sagte ziehe dich nicht so sehr in diese Dunya rein komme diese Dunya nicht so sehr nahe warum? weil sie ist verflucht bei Allah Allah liebt sie nicht Allah verabscheut sie so wie der Prophet auch berichtet hat dass Isa die Dunya gesehen hat in Form von einer alten ekel erregenden hässlichen Prostituierten und er sagte wer bist du? sie sagte ich bin die Dunya ich bin die Dunya wa aiyadu billah deswegen sagte er ziehe dich nicht so sehr in die Dunya rein und nehme die Dunya nicht als Bleibe als Heimat denn die Heimat des Gläubigen ist das Jenseits von den Geschwister und spreche mit deinen Nefs und sage ihr dass du nicht immer wieder auf dieser Dunya bleiben wirst sondern du wirst von dieser Dunya weggehen und befasse dich nicht so sehr mit dieser Dunya sondern befasse dich mit dieser Dunya so wie der Reisende sich mit dem Proviant befasst und so wie der Fremde sich mit dem befasst was er braucht auf seiner Reise und beschäftige dich nicht mit der Dunya und halte dich fern von der Dunya mein lieber Bruder denn die Dunya meinen lieben Geschwister im Islam ist der Weg zu Jahannam derjenige der sich mit der Dunya beschäftigt allzu sehr beschäftigt er wird am Ende zu Jahannam reingehen warum? weil der Prophet sagt auch in dem Hadith dass Allah diese Dunya so wie er sie hasst in Jahannam reinschmeißen wird und vor allen Dingen auch diejenigen die dieser Dunya gefolgt sind ja und Ali wie wir einmal erwähnt haben sagte dass die Dunya wie ein totes Tier ist und diejenigen die dieser Dunya hinterherlaufen sind so wie die Hunde die totem Fleisch hinterherlaufen mein Lieber Geschwister im Islam deswegen wir sollten lieber Allah uns Allah widmen und versuchen diese Ibarra zu praktizieren und den Islam nach vorne zu tragen mein Lieber Geschwister im Islam deswegen möge Allah uns vergeben und uns die Augen aufmachen und uns diese Dunya zeigen in ihrer Realität weil das ist das Problem wir haben auch die falsche Brille an oder gar keine Brille an wenn jemand anfängt zu praktizieren wenn jemand anfängt Koran und Sunna zu praktizieren nach dem Verständnis des Sahabas dann ist das so als ob der eine Brille bekommt und dann sieht er die Dunya wie vergänglich sie ist dann sieht er die Dunya wie verflucht sie ist dann sieht er die Ibarra wie wertvoll sie ist aber jemand der nicht Koran und Sunna praktiziert der einfach nur Muslim ist weil er Murkana ist weil er Türk ist weil er Albana ist weil seine Eltern Muslime waren der wird diese Dunya nicht sehen oder er wird sie nicht erkennen sondern er wird zu denen gehören die der Schaitan mit der Dunya betrugen hat so wie Allah gesagt hat euch soll die Dunya nicht betrügen und euch soll nicht der Betrüger betrügen wer ist das das ist der Schaitan der Schaitan benutzt die Dunya um die Leute zu betrügen er benutzt die Dunya um die Leute von der Religion abzuwenden deswegen meine lieben Geschwister wir sollten dies vor Augen halten möge Allah uns vergeben möge Allah diese Ummah zum Sieg verhelfen das ist das ist das ist das ist das ist Das war's für heute.